Alter, hat der ein großes Miethorn. Holla, die Waldfee. Der Rundengeber? Ja, ist ja auch, also, der macht sich beliebt, der Junge. Du bist nicht zu Siegfried, oder? Ich bin nur auf der Durchreise. Dann reise nicht durch Aquilar. Da bringen sie die armen Seelen für ihre Deliverance hin. Nicht, dass sie dich auch holen. Erzähl mir von der kleinen Mutter und dieser Deliverance. Sie macht uns viel Arbeit, das kann ich dir sagen. Und seit sie diese Gefangenheit hat, ist es noch schlimmer. Psst, Bastien, misch dich nicht in Gottes Angelegenheiten ein. Eine Gefangene? Jemand, der dem König nahe steht, sagt man. Eine Frau ist es. Mein Gott, Bastien! Aber darüber dürfen wir nicht sprechen. Gott könnte uns hören. Trinkt aus, Freunde! Bastien bezahlt! Ich finde es, also, ich musste gerade ein bisschen gucken, dass ich mich aufs Gespräch konzentrieren kann. Was macht ihr denn da? Wie geil. Weil jetzt mit dem DLC haben sie so wesentlich mehr RPG-Elemente mit eingebaut. Sich einfach mal irgendwo hinsetzen, wie sie sich Brot schnappen. Und also, das ist schon ganz geil. Was bist du denn? Willst du gestreichelt werden? Warte. Komm her. Ja. Finde ich sehr cool. Weil hatte man vorher jetzt ja bei den Missionen irgendwie nicht so. Du bist halt irgendwo reingegangen. Dann kam ein Video, wo irgendwas passiert ist. Und dann bist du rausgegangen und hast irgendwen verkloppt. So, das war ja im Grunde genommen so. Da war RPG mehr, das Leveln. Aber das finde ich jetzt ganz cool. Diese kleinen Feinheiten. Schön eigentlich. Irgendwie fetzt der Luchs. Okay. Wo wir gerade davon geredet haben. Ich soll die eliminieren? Ich dachte, ich kriege von der irgendwelche Informationen. Die Nonne, die sich kleine Mutter nennt, kontrolliert die Bewohner von Ebrokas mit ihrer Botschaft von Feuer und Angst. Jetzt hat die Königin Richardes in ihrer Gewalt erkunde Aquila, um die kleine Mutter zu finden. Also, beziehungsweise hätte ich jetzt gedacht, wir klauen einfach die Königin. Okay, wir gucken mal, ob wir das hinkriegen. Dann hängt das ein bisschen mehr von unserem, oder meinem, Schleichskill ab. Ich finde es schön. Das, äh, ja. Das, äh. Die Art der Bewegung ist super. So, Dickie, du gehst jetzt weg, oder was? Nee, nee. Der da hinten hat mich gesehen. Gar nicht der hier vorne. Oh! Der war tatsächlich auf Zeit. Oh! Okay. Gut zu wissen. Kann ich? Da, Ratten. Cool. Warum kriege ich den das nicht mehr? Warum kann ich keinen Attentat mehr machen? Jetzt. Jetzt würde ich den da gerne mitnehmen, den anderen. Genau. Gleich im Grab mit eingebuddelt. Dürfte mich ja keiner gesehen haben. Nee, okay. Wir nehmen den Schlüssel mit. Der Schlüssel der Wache. Er wird irgendwas in der Nähe öffnen. Das denke ich auch. Das mit den Ratten ist ganz gut für Stealth. Weil da schließen die dann nicht unbedingt auf mich, wenn die den Pfeil nicht hören, glaube ich. Der Dunst riecht nach Blut und ich habe den Geschmack von Eisen auf der Zunge. Christliche Särge. Die meisten sind ziemlich alt. Aber dieser ist neu. Ich bin mir nicht ganz sicher, warum sich das hier dreht mit den Christen und mit diesem, was ja schon fast nach Ritualen aussieht. Also so satanisch jetzt irgendwie in der Richtung. Interessant. Vielleicht helfen wir Charles gerade, sozusagen den satanistischen Kult, der unter ihm weilt, auszuschalten. Ob das gut ist, weiß ich nicht. Deine Mutter wird ihr sicher nichts tun. Das wäre nicht recht. Oh, du hast mich erschreckt. Bist du einer der neuen Gehilfen? Gut, das ist gut. Ja, ich wurde geschickt, um zu helfen. Du hast dir einen schlechten Zeitpunkt ausgesucht. Die Königin ist da drin. Es kommt mir falsch vor. Ich glaube, ich kann das nicht. Aber ich. Sag mir, was ich tun soll. Wirklich? Gut. Das Messer der kleinen Mutter muss in Opferblut getaucht werden. Es liegt auf dem Tisch. Du musst es ihr bringen. Sehr wohl. Ich bereite das Messer vor und bringe es zur kleinen Mutter. Du bleibst hier. Das Messer wurde gut gearbeitet. Aber es ist stumpf. Es schneidet sicher nicht gut. Ich muss es ins Blut eintauchen. Anweisung für neue Gehilfen. Überaus ernsthafte Ermahnung an neue Gehilfen. Die Vorbereitung des Teuches muss makellos ausgeführt werden. Der Teufel sieht zu. Es darf kein Fehler gemacht werden. Rühere Gehilfen mussten für ihre Sorglosigkeit büßen. Daher ist größte Aufmerksamkeit geboten. Wer die Vorbereitungsraum betritt, wird Teil eines Sakraments. Legt größte Demut und Folksamkeit an den Tag. Nehmt den Teuch und taucht die Klinge in das Blut des Opfers. Der Griff darf nicht mit Blut benetzt werden. Sobald die Klinge in Blut getaucht ist, darf sie nicht mehr berührt werden. Sie ist dann heilig. Betretet so dann, voller Andacht. Die innere Kammer auf mein Zeichen hin, wird mir dadurch mit dem Griff vorangereicht. Wie mache ich das, wenn ich die Klinge nicht mehr anfassen darf? So am Griff so. Vielleicht, weiß ich nicht. Sprecht kein Wort. Sieht nicht hin, während ich aushole. Sobald der Dolch seinen Dienst geleistet hat, geht ihr wieder hinfort, ohne ein Geräusch von euch zu geben. Wer so verfährt, dem wird nichts geschehen. Der Teufel kann euch nicht berühren, kleine Mutter. Okay. Klar, hier liegt ein Bein. Ist alles sehr christlich gehalten hier. Hier liegen noch mehr Beine. Und ich befürchte, da ist noch mehr an den Beinen dran. Scheelette, da oben hält. Alter, was? Wie gut. Hier sind auch noch ein paar Beine mit Sachen dran. Oh, guck mal, hier ist ein Schaf. Das ist doch mal was anderes. Okay. Alter, was machen die denn hier? Wenn ich sie offen angreife, könnten sie die Königin töten. Ich muss mich ihr nähern, ohne Verdacht zu erregen. Bellatorenbrief Euphrasia. Sobald die Königin gesichert ist, musst du schnell handeln. Wir können nicht erwarten, dass ihre Entführung lang unerdeckt bleibt. Die Königin ist vor allen anderen der Schlüssel zur Erlösung des Frankenlandes. Warte nicht auf ihre Zustürme. Versuche nicht, mit ihr zu reden. Gott selbst hat sie in unsere Hände gegeben. Und wir müssen die Pflicht erfüllen, die vor uns liegt. Treibe den Teufel vollständig aus ihr heraus. Wenn du unterbrochen wirst, bevor die Aufgabe erfüllt ist, muss sie durch deine Hand sterben. Wir können nicht zulassen, dass sie weiter unter dem Einfluss des Teufels lebt und den König in seinem Sinne beeinflussen. Sei nicht besorgt über die Schwere deiner Aufgabe. Dies ist der Moment, für den du geschaffen wurdest und wegen dem Gott dich errettet hat. Er hat dich mit einzigartigen Gaben ausgestattet. Nutze sie jetzt mit der absoluten Gewissheit, dass es sein Wille für das Frankenreich und für sein Reich ist. Soli Deo Gloria Isidoros. Okay, wenn ich da jetzt reingehe, habe ich denn... Also ich soll sie nicht einfach angreifen, das ist klar. Ja, weiß ich nicht. Sieht doch ganz angenehm aus. Ich helfe nur. Ich habe nichts mit dem Ritual zu tun. Ich bereite nur das Messer vor und bringe es der Kleinmutter. Okay, wir müssen es bringen. Ja, ja, ja. Durch das Ritual könnte ich in die Nähe der Kleinmutter. Das wollte ich eigentlich nur wissen. Ohne die Königin zu gefährden. Das ist nicht das Werk Gottes. Du kennst die Schriften, Euphrasia. Wo steht geschrieben, dass du so etwas tun sollst? Ich erhalte meine Anweisungen von Gott, wie du schon bald sehen wirst. Das ist die Königin. Sie wird von der kleinen Mutter festgehalten. Und das sind ihre besten Waren. Ich sollte sie nicht frontal angreifen. Vielleicht kann ich sie irgendwie ablenken. Die Waren haben den Schlüssel für die Zelle. Vielleicht lenkt es sie ab, wenn ich sie öffne. Okay. 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 Aber um die zu öffnen, muss ich doch den da unten beklauen. Bitte, hol mich hier raus. Die wird mich umbringen. Okay. Alter. Warum hängt er hier noch? Brauchen die den noch für später? Wollen die den noch einlegen? Oder warum? Warum? Warum guckt er hierher? Der habe ich gehört. Du darfst dich jetzt wieder umdrehen, mein Freund. Ich will dich einfach nur bestehlen. Hallo? Wer guckt? Ähm. Ach komm. Man könnte meinen, er guckt sich lieber das Ritual an, als diese alte Wand. Könnte man meinen. Das Problem ist, das geht doch jetzt so in die Hose, oder? Wenn ich jetzt zwischen den ein... Wenn mein Gehirn für das Messer bringt, kann deine Deliverance beginnt. Wissen, Majestät, dass ich nur ein Werkzeug Gottes bin. Und jetzt dreht er sich um, ganz zufällig. Ebenfalls fürchten die, dass wir es, wie sie unter seiner Berührung kreischen, erkenne ich die Freude. So, du willst raus, ne? Was? Was ist denn von hier? Ehe man uns entdeckt. Gott sei Dank. Ich habe es schon aufgegeben. Ich bin mit dem Drauf verlassen. Jetzt will ich nur noch zurück zu ihr. Was war das? Was? Seht in der Zelle da. Sie dürfen mich nicht sehen. Was war das für ein Nerf? Die Zelle ist offen. Okay bitte. Ich habe den Schlüssel nicht mehr. Seht in der Zelle da. So. Er hat die Klinge berührt. Ich bin die kleine Mutter. Berührt vom heiligen Taurinus. Er wählt von Gott. Du bist nur eine Zuchtstute, die mit einem König vermehlt wurde, den sie nicht liebt. In deiner Verbitterung bringst du ihn von Gottes Weg ab. Aber, Majestät, vor einer wahren Dienerin Gottes lässt sich nichts verbergen. Gott weiß, dass ich nichts verberge. Alles Lüge. Du sprichst für den Teufel. Merkst du es nicht? Doch wir werden ihn aus dir herausschneiden. Dann sehen wir der Wahrheit ins Auge. Du und Gott und ich. Verlass dich darauf. Reiche mir mein Messer. Aber natürlich. Oh Gott. Heiliger Taurinus. Rette mich. Oh. 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 Autsch. Aber dich will ich ja retten. Weil du mir vertraut hast, spricht der Herr. Es tut mir leid, dass sie sterben musste. Sie war nicht immer so. Und sie war zu jung für so viel Bitterkeit. Deine Tat war unbarmherzig. Aber deine Ankunft Gottes Werk. Du gehörst zu den Nordmannen, nicht wahr? Ich bin Eivor vom Rabenclan. Und ich bin nicht hier wegen irgendeines Gottes. Sondern weil dein Gatte, der König, mich schickte. Charles hat dich geschickt? Vergeuden wir keine Zeit. Wir müssen einen Weg hinausfinden, ehe wir entdeckt werden. Ich kenne einen. Folge mir. Ich habe mich noch nicht bei dir bedankt. Das war sehr tapfer von dir. Das war nicht Tapferkeit, die mich herführte. Schon wieder. Gibt es hier irgendwie ein Loch für euch? Ah, hier. So, jetzt hau' ich ab hier. Los. Mein da, ein Loch. Hopp. Hoppala. Los, Rinder jetzt. Jetzt noch so eine Rize mit am Ende gebaut. Die Gegend sollte für eine Weile sicherer sein. Ja, komm. Hier geht es nicht weiter. Die Mauer gibt nach. So, wollen wir? Du warst heute ein Werkzeug Gottes. Zweifle nicht daran. Doch jetzt muss ich gehen. Ich habe noch etwas vor. Nicht ein Gott hat dich befreit, sondern ich. Und ich tat es nur, um dich zu deinem Gatten zu bringen. Genau da gehen wir jetzt hin. Du meinst, weil du es getan hast, ist das nicht Gottes Werk? Gott hat einst einen Esel benutzt. Er kann jeden benutzen. Selbst dich. Wie dem auch sei, ich bringe dich jetzt zu Charles. Aber Charles will nicht mich. Ich kann dir trauen, das weiß ich. Ich spüre, dass Gott etwas Seltsames durch dich erwirkt. Ich zeige dir, wonach Charles trachtet. Du könntest versuchen, mich zu täuschen. Ja, das könnte ich wohl. Doch ich tue es nicht. Erkennst du nicht auch bei all diesen seltsamen Dingen, dass Gott dahinter stecken muss? Ich erkenne nur, dass dein Gott es so einrichtet, dass du stets Recht behalten kannst. Ich mag dich, Eivor. Ich sehe, warum Gott dich erwählt hat und warum wir uns anfreunden sollten. Wir gehen gemeinsam. Ich will mit deinem Gatten, dem König verhandeln. Aber er ist kein einfacher Mann. Du drückst es sehr galant aus. Charles war nicht immer so. Als Junge hatte er Anfälle von Wahnsinn. Er hielt ihn für besessen und führte ein Ritual an ihn durch. Seine Wandlung war ehrlich. Ob schon eine schreckliche Angst vor Feuer zurückblieb. Als wir uns trafen, war er aufrichtig und fromm. Du sprichst voller Stolz. Du hast ihn geliebt. Hab ich? Ja, irgendwie. Aber wir waren nie wie normale Vermählte. Im Privaten. Liebt er dich nicht? Es liegt nicht an ihm. Ich konnte nie das sein, was er brauchte. Er ist ein Mann. Er suchte sich Trost woanders. Sehr oft. Die Nonne, die kleine Mutter, wollte dich töten. Möglich. Ihre Rituale zur Deliverance waren brutal. Nur wenige überlebten. Euphrasia gehörte einer geheimen Gruppe an, die glaubt, das Frankenreich wäre vom Glauben abgefallen. Sie hielt mich für besessen. Bischof Engel Wien gehörte auch zu ihnen, glaube ich. Du weißt von Engel Wien? Ja. Sie nennen sich Bellatoris Dei. Die Krieger Gottes. Es gibt noch mehr von ihnen. Ich habe jetzt ein bisschen lauter gedreht am Mischpult. Musst du mir gleich mal sagen, ob das reicht, wenn sie dir noch was sagt. Das macht halt alles insgesamt lauter, ne? Da wären wir. Da ist Bernard. Wir sind so weit gereist, um ein Kind zu treffen? Ja. Charles hat einen Sohn. Kleiner Bär. Wie Charles! Dir geht es gut. Gott schützt mich. Zweifle nie daran, mein Kind. Das Pferd. Das Pferd. Ich, ich. Geh und wasch dich. Auf deinem Hemd ist mehr Farbe gelandet als auf der Leinwand. Er malt sehr gut für ein Kind, findest du nicht? Ein komisches Bild. Besser als viele andere. Hast du es ihm beigebracht? Mir mangelt es an Talent. Das wird er von seiner Mutter haben, nehme ich an. Bernard ist nicht dein Sohn? Wie könnte er? Und doch liebe ich ihn, als wäre er es. Wie gesagt, Charles und ich mögen uns nicht auf diese Art. Aber er ist ein Mann, ein König. Natürlich fand er andere Möglichkeiten, um seinen Appetit zu stellen. Daraus entstand Bernard. Versteckst du den Jungen vor seinem Vater? Charles will, dass Bernard ihm auf den Thron nachfolgt. Und Bernard will nichts mehr, als seinen Vater zufriedenzustellen. Deshalb halte ich Bernard von ihm fern. Er würde das Kind auf einen dunklen Weg führen. Den falschen für einen guten König. Ich habe mit Charles vereinbart, dich zu ihm zurückzubringen. Das Kind war nicht Teil der Abmachung. Das lasse ich auch nicht zu. Bernard weiß, dass er zu einer Kirche gehen soll, wenn er Hilfe braucht und ich nicht da bin. Ich muss wieder los. Wenn ich zurückkehre, will ich deine lateinischen Verben hören. Ich weiß, dass du ohne mich zu Vater willst. Ich bin nicht dumm, weißt du? Hältst du Bernard von Charles fern, um zu verhindern, dass er König wird? Du missverstehst mich, Ava. Bernard muss den Thron besteigen, zum Wohle des Frankenreichs. Du siehst ja, was aus Charles wurde. Bernard ist jung, aber er wäre ein guter Herrscher. Einer, der mehr Mitgefühl für unser Volk hätte. Wenn Charles das Kind will, wird er nicht erfreut sein, wenn du allein kommst. Ich hoffe nicht. Charles weiß, dass die Bellatoren mich gefangen haben. Er sollte besorgt sein. Wir haben uns zuletzt oft gestritten. Aber er schickte dich, um mich zu retten. Vielleicht möchte er sich versöhnen. Das Geräusch. Hübsches Bild, oder? Ich finde, er malt seinen Vater auch so recht nett. Warum hat der überhaupt eine... Warum ist die weiße Hand recht? Äh, warum... Also warum ist die rechte Hand weiß so rum? Mal die mal aus jetzt. So. Musste ich nochmal gucken. Okay, wollen wir los? Okay. Was wird... Hä? Warum hat die gerade nach rechts gezeigt? So, jetzt gib mal Gas. Bitte. Wir sind aus dem Dorf raus. Gut. Hä, warum zeigt sie ihm auch irgendwelche Dinge? Lass das. Der Bär ist verwundet. Warte. Wenn er verwundet ist, ist er gefährlich. Was ist mit der Frau? Was hast du dir nur eingebaut? So. Gott ist mit dir. Pass auf dich auf. Und ab mit dir. Es sind edle Tiere. Er hatte aufgegeben. Doch jetzt geht es ihm gut. Gott sei Dank. Sind alle fränkischen Bären so zahn? Alle Geschöpfe Gottes reagieren auf Liebe, Ava. Vor allem, wenn sie verletzt sind. Oh. Daran sind sie den Menschen nicht unähnlich. Du hast ein Händchen für Tiere. Doch jetzt sprichst du von Charles. Glaubst du, dasselbe gilt sogar für ihn? Ganz besonders für ihn. Wir sind da. Charles' Lager. Na dann. Okay, dann reiten wir halt hin, wenn du nicht gehen willst. Ich habe unsere Vereinbarung erfüllt. Hier ist deine Frau, die Königin. Sie ist unverletzt. Charles. Mein geliebtes Weib. Endlich stehst du wieder vor mir. Du brauchst sicher eine Erfrischung nach deiner langen und beschwerlichen Reise. Du bist immer noch zornig. Es ist unbegründet, Charles. Ich war dir ebenso treu, wie ich gotttreu ergeben bin. Es tut mir leid, dass ich Bernhard mitnahm. Aber... Ach ja, mein Sohn. Ich dachte, wenn ich dich finde, finde ich ihn. Aber ich sehe ihn nicht. Wo ist Bernhard? In Sicherheit. Erinnerst du dich an die Nacht, in der wir uns kennenlernten? Ich habe sie nie vergessen. Der Himmel war klar. Und... ...tausend Sterne funkelten. In unserer Hochzeitsnacht war es genauso. Ich sah es als Zeichen Gottes. Ich wusste, dass du und ich zusammengehören. Du warst ganz in Weiß, so rein und anmutig. Ich dachte, heute Nacht bin ich nicht der Prinz, sondern der glücklichste Mann auf Erden. Welch Glück, eine Frau zu finden, die so leicht in das Bett eines anderen fällt. Du hast mich nicht zum Mann genommen, sondern zum Narren gehalten. Charles, nein! Auf unsere Vermählung. Wir hatten eine Abmachung. Sei unbesorgt wegen Bernhard, Richardis. Er ist mein Sohn. Ohne deine Einmischungen wird er mich finden. Und du, Teufel aus dem Norden, der sich anmaßt, mit einem fränkischen König zu verhandeln. Hier ist deine Abmachung. Das hättest du nicht tun sollen. Du hast mich belogen. Nein, Diable. Ich sagte, Gott wird dafür Sorge tragen. Und das hat er. Ich kümmere mich um die Wache. Kommst du her? ich bin verpackt kann nichts machen ich drücke kämpfen aber er macht nur das jetzt geht es wieder alter die typen sind so cool aber auch dumm